Vergangenen Sonntag hatten sich wieder viele fleißige Helfer auf dem Viehmarktplatz eingefunden, um den 19. Jugendkanzlerlob des AMC auszurichten. Der Lauf zählt zum IN Cup und zur Niederbayerischen Meisterschaft. 116 Fahrer gingen in Moosburg auf Punktejagd, darunter 14 Starter für den AMC Moosburg. Gleich vier Podestplätze und weitere gute Platzierungen konnten die Fahrer des AMC für sich verbuchen. Die jungen Kartpiloten bewiesen mit diesem sehr schönen Ergebnis für den Verein ihr Können vor heimischem Publikum.